ist da das finde ich nicht cool eröffnungsakt warum liege ich auf dem Boden ich bin der Overlord nicht der Underlord so wir sind warum haben wir so wenig HP und so wenig Mana das finde ich gemein so also wir kriegen jetzt nur blaue Schergen so wie ich das sehe ok also wir nehmen mal alles was wir kriegen können so mach das mal auf ich kann die nicht mal versklaven mein Gott ah jetzt aber das ist hier glaube ich gar nicht so verkehrt wenn ich die mitnehme ich meine die sind ja immerhin bewaffnet und ich denke mal ich könnte alles mögliche gebrauchen so jetzt ist es halt so so die machen wir mal schön unsichtbar drehen an der Kurbel na komm einer fehlt noch so drehen an der Kurbel so 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 sie können sich messen und wir ja holen uns ein paar Schergen ein paar ist gut so ja wir brauchen aber mehr Sklaven auf jeden Fall so ja jetzt haben wir alle so können wir gerne starten ich würde gerne starten so warum habe ich eigentlich eine blaue das ist doch scheiße hallo überlebt die Spieler in der Arena überlebt die Toten Schergen wieder findet eine Möglichkeit aus der Arena zu kommen so Kobolde hey Moment mal die Türme die leuchten so ein bisschen da ist auch Sprengstoff hey die töten meine Schergen das ist doch scheiße warum rufen die die jetzt zurück ja hallo ja gut dann nicht oh Gott ich bräuchte mehr Schergen hey da sind da sind welche drin so ich würde gerne wissen wie ich hier rauskomme da sind auch noch ein paar und da oben natürlich auch aber da kommen wir nur dran mit dem Sprengstoff Runde 1 Runde 1 ähm das finde ich uncool sind eure Sklaven schlecht und abgenutzt? schickt sie in die Arena ja warum gegen Sklaven bitte entweder ihr oder ich die haben doch gar keine Chance entweder ihr oder ich die Armen naja wer soll's gib mal neue Sklaven als Futter ich meine neue Soldaten für die Arena ja jo wie gewindet natürlich ne also so ist ja nicht ne so den auch noch ich hätte die für Sklaven sollen ich hätte die für Sklaven sollen Fick de Scheiße na freut ihr euch denkt ihr ihr könnt gewinnen? ha? so ja brennbar schön ne hehehe so du musst mir nicht weh tun aber ich muss du musst mir nicht weh tun okay du musst mir doch nicht weh tun aber ich muss gehst du jetzt zu mir? yes ah okay gut dann machen wir es so tut mir leid bitte tut mir nichts ich kämpfe mit maaaaaaah okay ähm kloppen die sich grad selbst nö also wir haben paar Sklaven und ja keine Angst Birka er wird nicht lange was ist das denn what the fuck wollt ihr mich verhorschen wenn meine blauen dann nicht die ganze Zeit rumstehen würden sondern auch irgendwie heilen würden oder sowas dann werdet alles kein Problem aber der rennt mich hier um dieser bock oder was das auch ist wir kommen jetzt ja umgehauen sehr schön ähm ja der eine rennt dem anderen hinterher und setzt ihm auch ordentlich zu also das ist sehr gut vorbildlich man kann nicht hinterher 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 so vielleicht kriegen wir den noch? näh Kriegen wir nicht SO Auf ihn! Gott, der haut mich immer um. Warum auch immer. So, halt die Fresse. Du bist getötet. Wir brauchen Nachschub. Wir brauchen Nachschub. Überlebt die Riesenrunde. Was zur... Okay, mit dem können wir vielleicht da oben das Zeug da aufbrechen oder sonst was. So, wir haben hier wieder Schergen. Oder können wir den töten? Oh Gott. Gott. Okay, komm mal her mit. Komm. Warum? Warum tötet ihr den Sklaven? Komm her. Komm mit, du scheißriese. Oh Gott. Hm. Ah, er stürmt los, aber leider in die falsche Richtung. Ich denkst du, du kannst... Ah, den können wir doch angreifen. Gott, der haut ja gleich ein Mordsdamage. Ich brauch dafür auf jeden Fall Grüne. Und, ja, die müssen wir uns erstmal holen. Ich glaub, das sind die alle. Ne, doch nicht. Da sind die hinteren Grüne. Auf jeden Fall brauchen wir die jetzt. Wow. Da kommt er ja schon. Ach, Mann. Hey, er ist, er ist betäubt. Auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Okay. Ähm. Das ist jetzt nicht so... ...berauschend. Okay, er brennt. Sehr schön. Und meine ganzen anderen Schergen auch. Das ist nicht so schön. Ich brauch die blauen. Wow, er steht ja wieder vor mir. Äh, Mann. Das ist doch schlimm mit der Steuerung so. Fick dich. Lass mich in Ruhe. So, wir brauchen auf jeden Fall neue Schergen. Äh, wir müssen uns noch mal ein bisschen durchkloppen hier und zack, 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 zack. Okay. Äh. Und wir müssen ja eigentlich nur überleben, also immer nur mit den Schergen spielen. Ähm. Rote. Oh Gott, der hat ja noch ein bisschen Leben. Ah, hier vorne ist er. So, da ist auch noch einer. Ja, die greifen an. Also, die machen doch einen sehr guten Job. Doch jetzt wurden sie, glaube ich, umgebrochen, lockt. So, aber hier mal wieder Nachschub an Schergen. An roten Schergen sogar. Ja, die machen ja auch nicht gerade wenig Schergen. Und hier sind die Grünen. So. Ein paar lassen wir stehen, so als Reserve. Aber irgendwie... Aber irgendwie... Ach, doch nicht den angreifen. So, jetzt lasst aber meine Armee langsam nach. Wir müssen die unbedingt heilen. Aber der Riese, der fällt gleich hier. So, die Armee, die ist auch wieder verstärkt worden. So, da ist der Riese zermalmt. Zermalmt steht da. So, wir müssen doch irgendwie durch. Was? Was soll denn der Scheiß? Oh, ohne Mist. Was soll denn der Scheiß hier? Wie soll ich denn das bitte überleben? So, wir müssen da jetzt irgendwas machen. Irgendwas müssen wir machen. So, wir fangen mal mit dem an. Und alle wieder zurück. Nicht sterben. Auf keinen Fall. Mann, das ist ja schlimm hier. Meint ihr nicht, dass das ein bisschen unfair ist, wenn ich die nicht lebendig verlassen darf? Ja, klar! Metzl doch meine ganze Armee nieder! Ist ja nicht so, dass ich die irgendwie brauche oder so. Nein. Ich bin im geringsten. Ist der schon wieder hinter mir? Ja, eigentlich schon. Also, ich glaube es. Ich hoffe es. Ich... Ich wüsste nur nicht wie. Ich habe nur noch sieben Scherken. Warte, fuck. Okay, die blauen sind alle tot. Das wird jetzt gar nicht gut. Ähm. Hilfe! Ich muss doch hier irgendwie rauskommen. Irgendwie. Tore sind zu. Klar, renn mich wieder nieder hier. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie das Spiel gewinnen will. Was genau muss ich machen? So, Aufträge. Überlebt die Spiele in der Arena. Überlebt die gemischte Runde. Also, das heißt, ich muss die schaffen. Wie soll ich die denn bitte schaffen ohne Scherken? Ohne Leben. Ah, Leben. Gut, immerhin etwas. Vielleicht kriege ich das so irgendwie hin. Was ist denn da vorne? Ach so, so ein Rosending. Ohne Leben. Dasseläte die... ardı Vielen Dank.